Also, Herr Roll. Hallo. Jetzt hat es schon wieder Video... Mein neid, nein. Ich wollte ein Bild machen und das hat sich wieder auf Video geschaltet. Ja. Hallo, hallo. Wieso, bist du ein Klumpel? Jetzt haben wir noch was. Was? Zeug von Wikileaks und NSA und das ist alles für die große Nationale lustig, was du da abziehst. Ja, ja. CIA spielt's nicht nur. Die zwei Agente, die Sie da jetzt verhaftet, die Sie verurteilt haben. Die haben über YouTube ihre Botschaften geschickt. Die haben Sportvideos, also irgendein Fußballvideo ins Netz gelegt und dann hätten sie praktisch da einen Kommentar dazu tun. Und das war letztendlich die Botschaft für... Ah, was? Dann hätte ich die sieben halben Wochen erst. Ja. Das stimmt.